Der Feind nähert sich. Oh, du Luppen. Ist mir aufgefallen, du musst ja nicht zielen können. Du brauchst einfach nur viel Munition. Durch den Zaun durch, oder? Vorbereitung ist beendet. Jetzt geht es ins Kriegsgebiet. Hat der einen Schwein. Der Feind springt über den Gewinen ab. Auf den Himmeln. Würde. Da war ja noch ein. So. Alles klar. Ach, oba. Wetter Royal, Gas nähert dich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Auf ein neues, oder? Wohin soll es denn gehen? Achso, ja. Kann ich mir auch schnell was zu saufen holen. Oh, da kommen wir hier mit. Ehrlich? Ja. Gleich wieder alle mein Haupthaus. Da liegt der, der dick. Oh, was? Hier gehts der Loop, äh, wann die im Haupthaus? Ja, ja, ja. Ah, vorne weg. Ey, da findest du gleich so eine Drecksrotzkiste. Alter, liegen hier auch mal Waffen? Alter, jetzt nicht, Alter, Waffe. Hier. Immerhin was, äh, immerhin was. Alter, ich spreche heute wieder ein Ghoulisch zusammen. Ne, ist auch eh, ne? So. Oh, ja, schon geklaut. Ja. So sind sie, die Dicken. Erst fressen sie die. Da waren sie raus. Oh, die sind hier oben. Haupthaus sind sie. Okay. Schickt Aufklärung. Geht es da auf der 306. Räume startet. Alter, ich komme ja nicht raus. Sind die oben drüber oder oben auf dem Dach? Ne, oben, oben bei mir, du. Du bist unten, ne? Einen hab ich. Ah, der unten. Oh, der Hund. Ja. Ja. Dann ist der durchs Fenster gesprungen, eben der eine. Ich hab einen. Der ist ja unten drin, ne? Der war ganz unten in den Raum. Ah, ne? Der, wo du hinguckst, genau. Hier, du Wichser. Hier, nutsch mein Handy. Oh. Muss der Dicke wieder wahrtreiben. Mega. Wollen wir laut aufhören? Haben wir sie wie hier? Klar. Ich hab Style und das Geld. Na gut, das mit den Style ist null. Ich brauch noch Platten unbedingt, ey. Ja. Und jetzt hast du auch rein. Ich glaube. Dann hast du noch mal zwei Platten für mich, oder? Ja. Okay. Haben wir jetzt drei? Ne. Doch. Ne, ich hab einen Kill. Ja. Ich hab zwei. Alter, mich, was ist los mit dir, ey? Mach das. Mach das. Mach das. Mach das. Ja, wir werden die auch noch nicht. Bunkerkarte. Ja, sauber. Auf geht's runter da. Da. Ich hab letztens auch eine Bunkerkarte gehabt, wollte er unten in den Bunker rein. Und was passiert? Ich spring in die falsche Lücke. Tot. Ich war mir so sicher, dass er da unten ist. Oh ja, nehm ich mit. Safety first. Micha, holst du den Hobby? Ja, ja, hol dich. Auf der Weile hier vorne mal hin. Ich geh hier. Alter, ich hab ein Zuschauer. Das ist reich und berühmt. Ja. Ja, meine krassen Fans natürlich, die wissen, oh, da nicht auf dem Stream online. Ja, die kommen los, weil sie mit uns spielt. Ja, weil sie den dicken wieder schwitzen sehen wollen. Ja, weil sie den dicken wieder schwitzen sehen wollen. Das ist ja ein bisschen schwarze. Ich komm weiter, ich hab die Karte. Achso, ja. Ey, 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 ey. ja hunde wird dann noch gucken ob ich geld für eine drohne kriege ja hier ich nehme schon die kiste hier mit ja wir brauchen eine drohne du hund also als zuerst eine musik in einem haus so stelle ich mir nämlich ja vor die mucke im auto und dann auf der rückbahn voll mit flaschen als denn denn in der dicke wieder was machen sollen hier unten hier bei mir ich weiß ich war schon lange nicht mehr hier bin ich auch untergefallen hundertprozentig runter gesprungen wie kann ich hinweg weg weg wenn er nun gar wieder das ist eine dicken schnelle ja kommen hier vor spriten der schwelle waffe ich also ich möchte einen schnellen tod plättenkiste nein meine waffe wieder die plättenkiste mitgenommen ja hab ich würde ich dann hier ist noch eine mundkiste trophy dann schmeißen oder nicht auf geht's gucken auf sein konto haben jetzt alle im plattenrucksack nehmen wir schön die flaggen mit die nächste ist auch ganz nah dran und man baustelle das steht dir recht hier nicht durch ich fasse es nicht meine kiste meine kiste meine kiste wo ist denn das schon wieder da wo die ganzen gegner sind hier kann ich hier kurz auch mal laufen hinter uns kommt der zug schau wie viel sind ich habe jetzt kein geist ja ich kann fahren da muss ich jetzt nicht da hoch ich habe gute deckung da ist ein edi habe gute deckung hochkopfgeld hier krone krone ist hinter uns müsste der heli sein oder ne doch das ist der heli doch doch ich bin nicht so fies halt hit mal halt halt shootbreak noch ein heli die sagt wir gehen hier wieder runter ich nehme noch mal die flagge mit aber warte mal ist ein shop hier in der nähe hier ja ich mache sehr schnell bei mir ist feind der feind macht dich schnell ja ja kein wunder mit was er geschossen dmr 14 ich komm wieder du hast da was gleich noch mal wo ist denn der gewesen ich würde es gar nicht wissen wo der war wo der prez hier auf geht es ja sehr präzise da wo der prezi drauf geht oben auf der bank ja hier ist da gewesen blöde passt da oben auf dem dach bei der bank unter hier oben bei mir man sucht mich ja ich sehen 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 jetzt nicht mehr läuft immer noch einer oben ich habe unten unten um die ecke da kannst du mal ein pink löschen und zu euch rein warte 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 hinter mir ist irgendwas schritte warte 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 jetzt oder kommt oder kommt ja das war gar nicht gut Aber das war nicht der, der vorbeigelaufen ist, ne? Aufpassen. Ne, ne. Ja. Scheiße. Halber war ich. Geh ein Haus weiter, dass ich bei Johnny bin. Ja. Eine Etage höher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Äh, die laufen rein, die laufen rein. Die laufen ins Haus rein. An der Bank, oder? Ja, ja, in die Bank rein. Von rechts rein gelaufen. Drei Typen. Diese blöden Bastarde. Eigentlich müsste ich mal raus mein Geld holen. Die ganze Scheiße. Kopfgeldziel markiert. Eliminieren. Einen down. Verbündeter Clusterschlag näher durch. Er hat ihn wieder hochgeholt. Einen wieder down. Noch einer, noch einer. Und runter. Die sind zu dritt. Zwei kommen runter. Zwei kommen runter. Gehen wieder hoch. Sind in der Mitte. Hoch und runter. Einer geht runter zu euch, nur einer. Ne. Ey. Die DMR14 ist der größte Rotz überhaupt. Echt. Das Teil müssen sie rauslischen. Ey. Das kann doch nicht sein. Boah. Wo war der denn? Boah. Von hinten. Kann man ja so eine Dreckshuben so in Waffe spielen. Der ist runter gesprungen. Ja. Seh das an. Ah. Sein eigener angeschossenen Schlosskopf. Sind du hier gewinnt, gehts zurück an die Front. Wenn du. Ist ein Kampf vorbei. Fertil! Du wie in der Auslandung lang. Mhm. Oah. Freiheitseroy. Kein Base zurück. Fertil. Die Team kannst du deine Befreiung bezahlen wenn du's genug wehrt hast. Ich weiß den cool lock. na ja genau liegt die schlafen zwischen dem sport genau ob er da kommt wer da nicht kommt kommt davon links wir waren sofort drauf so eine drecks op waffe wie die dmr 14 habe ich noch nie gesehen recht so das geht viel zu schnell ich glaube dass du sogar mit der feuer shotgun mehr chancen zu überleben aber ich habe auch schon richtig genug gesehen die konnte damit gar nicht umgehen durchgehen nur vorbeigeschossen mit welcher mit der freundlich anfangen zu spiel ich hätte schon wieder bock auf die feuer statt kann vielleicht nehme ich sie mir jetzt beim nächsten wird Nutz die Zeit zum üben. Der Einsatz bei Gifahrt. Ey, die hätten wir in der Bank so schön holen können, ne? Das ärgert mich jetzt richtig. Ja, träum weiter, du Pfeiffer, als ob du mit der Shotgun was reißen kannst. Ah! Ich wollt grad sagen, da ist doch gar keine Treppe mehr. War's auch nicht. Komisch, in der Pre-Lobby kann ich die Waffen, weil wir jetzt asiamäßig durchtriggern. Und dann mit dem Gegner vor mir steht er, flog's ja fünfmal rein, ein halbes Mal schießt er. Er hat dann noch Ladehemmung. Also da schreibe ich grad jemandem, was machst du gerade? Also du wolltest es schreiben, und was kommt raus? Must boot du... Alter, seit wann kann ich indisch? Ich hätte Typerry weglassen sollen. Wo war'n wir denn? Achso. Ah, da. Komm hoch, Allah. Oh, da kommen welche mit. Da unten gehen welche Rennen in dem Haus. Ah, wenn in der Schule. Äh, nicht Schule. Oh, nein, da kommt einer genau hinter mir. So, Bikos, wo seid ihr? Sind die in die Schule rein, oder wohin? Nein, nein, nein! Oh! Wieso bin ich denn nach drei Schuss mit der Pistole down? Das ist jetzt der behinderte Hurensohn von der DMR 14, oder willst du? Ah, dann gebe ich grad, er hat mir wieder mehr Schüsse gedrückt. Meine Fresse, ey! So, dann kommen die nach hinten jetzt bei dir. Ja, okay. Das geht ja schon wieder gut los hier. Auf ihn. Da kommt noch einer. Ja. Hat zwei K.O. Einer kommt raus. Ah! Der wird geholt drinnen. Drinnen wird einer geholt. Drinnen wird einer geholt. Er ist geholt worden. Seid! Hast du ihn, Micha? Nee. Schade. Den habe ich aber nicht gekriegt, ja. Hast du noch weggekriegt? Alter, er hat grad nen Köder als Fisch gepflicht. Was ist das? Meiner macht jetzt beim Springen so komische Bedrehungen. Salto? Nee, so komische Seitendrehungen. Oh Gott. Ich bin der Armbrust. Dabei hast du doch weder Arm noch Brust. Habe ich dich wieder geholfen? Nee, nee. Du hast K.O.L.A. gehabt. Habe ich dich wieder geholt? Hä? Wenn du das nicht weißt, aber hier in der Nähe ist auch fein. Doch. Oh. Nee, deswegen will ich nicht. Aufpassen. Oh, ein Schlag. Ey, mit der Sniper alter, das geht doch nicht. War keine Sniper, nimm die Fäuste, lauf auf ihn zu und schlag ihn zusammen. Hat nicht funktioniert. Juni, hast du mehr solcher Pläne? Ey, den hab ich von dir. Alter, 7000 Kisten in einer Hütte. Gut? Mhm. Oh, das ist nur hier. Äh. Warte. Alter. Oh again. In das here'swouldn ich kryptahren werden oder IchOME oder. Das ist für Leute. Oh gak, hör mit. Oh mein Gott versuchst das Gas kommt! Ganz nun, danke dir! Thanks invul Albert. weit weg da wo wir 200 ins haus rein vielleicht krieg ich noch cash und zweiten ist auch gut ja aber 45 schuss sagen wir dann doch schon ein bisschen mehr zu ich will ja nämlich schießen und nicht nachladen die 100 noch alter ist doch irgendwie 400 radetten ja wohl dann ist der beste weil nicht dass der hier dann sieht da kommt zwei striche hoch ist danke 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 polizei wache wenn die dann da willst du ja beim bünen entschmerzen ja da kriegt man immer gute wache okay gut lasse ich mal 10 ach die kratzer ist ja ein sturm überzeugung dass es eine mp ist die große nachdem die deutsche seit hier oben weitermachen oder ja ist doch schon offen da das schon offen ich lade das war meine ganz hinter dem bereich wollen loadout gold also noch dahinter dass auch da dahinter ihre meine deutsch ist aber nicht schlecht wenn man es macht ich bin voll mit money ja 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 na ja recht zum shop recht zum shop schließt es auch rum hier ist noch einer aber hier hinter uns aufpassen shop zwei weisen aus dahinter glaube ich aber die kriegen auch noch aus einer richtung und wieder rechts hundertprozentig haben ich bin da nicht das auch nicht dass der body wieder gekommen ist links von dir doch das könnte mir alle drei sein und der heli kommt ja auch noch einer links wieder bei der garage ein dauer hinter garages dauern ja da wird ihn das sind das sind alles oder nicht einer links oder rechts nach unten naja und der andere ist links weiter gelaufen ein dauerner ist nichts gelaufen mit auto weg mich erholen schnell ja ich hole schnell sauber jungs das doch nur zwei jahre daran da sind ja so schnell rumgehopst der eine ist doch nicht wieder gekommen hier in dem haus drin habe ich einen dauernd dann geh um hinter hat er schon seine waffen schon hier habe ich voll habe ich voll wollen wir mal zu unserer ausrüstung oder ja 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 vorräte markiert und da hinten läuft da grüner ping ja 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 erlaubt mehrere oh das sind zwei komplett tief Andy kommst du? Der eine nimmt mich ins Visier oh ich komm aber alle oh aber alle oh oh die sniper aber alle hier ja danke für die motivierenden Worte also ganz hier nochmal lang vielleicht auch nicht alle weg alle weg ist ja krass ganze loot wie er dispawned ja ja da oben laufen sie wo orangeer pink orangeer pink bei uns am loot ne um um drüber gelaufen ja 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 warte ich geh vor unser schutzschild läuft vor wenn du gegen die sonne spielen musst du es echt pervers military is i most wanted feind hinsicht ich hänge wieder sniper moon habt die er nicht braucht hier 5 15 nimmst den rest du sind 8 ey wie sie bin hier schon mehr voll ich hab doch auch kein voll geladen hier drin Ne nimmest das mir wieder mit angeblich bin ich schon eher voll weiß ich gleichheit dass wir aus wie so eine auferstehung wir haben eine annäherungsmine wie kann man doch um und wie geht mit das habe ich letztens der brauchst du allerdings das heißt glaube ich ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube auch ja hier hat das geld bei 16 10 kann ja auch danke ich wollte hilfsbereit sein ich hab jetzt nicht mehr bezeichnen ich wollte sagen heli kommt aber den ballern aber glaube welche ringsum überall gegner also ein gegner sein 300 meter so gut aus die beim ping die kommen in unsere richtung die von grün ja ja grüppchen und welche die bewegen sich so unsere richtung ich schnell aber sie bewegen sich springt ich habe jungfräulich gesagt das gute war mich auch machst du wieder live hier rechts okay aber ich habe das waren drei oder so ne ja läuft jetzt wieder gut das heißt gleich weil ich mit dem erfahrung guck mal zur feuerwache um die tun da mache ich bin mir gar nicht sicher ob da der fahrrad irgendwie bewegt hat ist mir die scheiben auf nachladen wenn du so ein so ein drecks heli vor dir fliegen hast na ja hier unten kommen sie hier unten ja genau einer down hier unten kommt noch einer hier in der garage ist er daran den jahren flechten du und wollte es eigentlich das ist aber von weiter weg durch alle da sieht ich auch dann hat uns jetzt so weit umlaufen ja was auch was auch was auch rechts von dir ich werde jetzt schon besuchen und du musst aber dahinter jawohl man jetzt weißt du warum ich habe beim gegner scheinbar das bedurfte auf die beine zu schießen da waren aber noch mal mehrere da ja ja da kommen von unten haben noch mal so zwei der hier den ich gerade zuletzt hatte das war der der dazu den garagen gelaufen ist okay da sonst einfach nur umlaufen eigentlich dass wir in militär umgelutet ist jeder wann ja schon welche so war nicht sieht aus aus jetzt hätten sie nicht viel zeit gehabt auf den puff der hinter oder auf der freifläche hat alle drei ich würde ja den shop wieder vorne oben holen ja der holt sich die krone was sie machen da alleine ja ich glaube schon ist eliminierung also ja ja die krone aus ja 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 wo die ganzen gegner waren das ist ja dass das war der letzte überlebende und die sniper war ja weiter rechts hat er dir das gesagt oder was wird mit der ich komme gleich hoch da findet also eine paar witz war statt vielleicht liegt da noch kohle bei meiner leiche ist das ändern dass die sichtweite ja mal ändern kannst danke weiter rechts oben auf dem berg wir hatten unser brummslicht herum ich weiß nicht ob micha gestorben ist ich bin da ich bin nur ein stück weiter wie viel kohle hast du mich aber natürlich nur scheiße von da und die anderen boys geschossen ja da ging dann ziemlich rambazan weiter kann es gar nicht gucken von wo sie alle kommen dann müssen wir sehen der platz zum shop kommt zum anderen deine posi unten war ich ganz gut feuerwehr unten in der nähe ja oben drin ich muss schon in die zone rein da krieg ich den hund wenn ich sehe aus siehst du denn ich habe gesehen ja nur kurz gucken ja ich glaube da im eingang in der tür oder links blatt von so einem baum ich dachte mir auch auf den ersten blick doch hier gegner 48 meter in die richtung links links weil ich heute links sein wenn sie mir feuerdeckung geben einfach nur feuerschutz er kommt er kommt der kommt vorhin vorhin aber schön kohle 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 super micha aber der hat auch hier einen ordentlichen klumpen aber die haben hier auf die feuerwehr gezielt ne pass auf ja oder auf die kiste hey komm gib mir mal das geld schnell ich probier jetzt was ich hab so viel geht an den shop ach so ihr tauscht jetzt gerade das leben aus oder mich ergibt eins damit sie es schon gekriegt wenn die auf die kiste gezielt haben dann hätten die uns gekehrt ja ne da ist noch eine kiste oder was was da ne also eine war rechts vom zaun und eine links war gut dass der honk nachgelagert nice micha oh fuck oh dmr14 hat er ihr hunde verpisst euch ja doch ihr seid so hunde halt echt schauen von wo ich gekommen bin da sind auch welche ja 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 ich hab gesehen scheiße scheiß deutsche das ist geile brust die scheiß deutsche aber er hat bestimmt ja so einen übelsten knabenbusen hihihi 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 ja nächste runde ja jetzt wo man wind will jetzt wo die runde 50.000 stunden dauert ich kann dir mal das fressen das müssen wir mit johnny noch abgewöhnen große fresse arbeitslose leben ja das haben wir steuern zählen rauchen kann ich mir nicht abgewöhnen das war ich auf arbeit manchmal am bock laufen der heli mag ich schade kurz geworfen lass mich doch in ruhe meine ich bin betäubt man die hunde als jemalige schießen müssen klärt doch einmal mit worten ich glaube ich hätte jetzt auch in den letzten runden fünf kills wird wieder besser und doch mal eine karte aufbauen ist immer nervig ein tod kd sinkt um 0,5 punkte ruft sich da aus dem killz kd bleibt und der oder was heute mal direkt auf schnauze gleich aufs hoch aus da versprichst du dir viel loot ja früher sterben ja da bist du ins den tod aber keine waffe wenn ich rum ja war keine aufpassen auf dem dach ist er da gesprungen eine karte auf dem haus irgendwo auf dem dach was ist er denn wenn die von mir sind die gegner blauer ping oder was hier hier auf dem dach drauf gewesen einer und jetzt mal runter ist mir zu gefährlich da oben leichtes maschinengewehr gehen wir ins autohaus ran ich brauche erstmal verplatten ich gehe mal zur dorni rein schau mal hier irgendwo lukrativen ja der unten wieder da ich wieder geschnitzt hätte es sind hier ist eine schrotflinte und ok wollen wir los ja hier unten ist der hoher wer drinnen also hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde sagen, den Loot müssen wir uns ankämpfen. Hier rechts von uns. Nein, down. Ich habe einen down. Oh, da sind noch mehr. Direkt beim Auto. Ich muss kurz nachladen. Komm jetzt. Mach das Brett auf. Komm hinterher. Ja. Ja. Kannst du mal eine Karate? Hier an der Ecke. Micha, komm hier durch. Bleib nicht, lass uns los. Gelootet. Ich decke ab. Hä? Ich könnte doch keinen Geist haben. Nein. Eigentlich nicht, oder? Warte. Papa, ich höre sie. Lauf mir kurz nicht. Warte. Ich habe doch eine Drohne. Wo sind sie denn hin? Warte überflug. Jetzt gucke ich. Wo? Alter, ab da hier. Hier war nicht viel drin. Ja, ja. Ja, ja. Scheiß Ausrede. Hier war auch nicht viel drin, hm? Ja, nisch besonders. Wir können doch nicht schon Loadout gehabt haben, oder? Ja. Der ist so unsichtbar. Ja. Holen, holen. Holen, holen. Schön, dass ich gezeigt werde. Dass ich gezeigt kriege, wie ich gestorben bin. Super. K.O. einer. Ja, es löscht. Puh. Ohne Bitches. Ich mit uns. Ah, hier waren noch mehr. Das fand ich. Ja, war X50, Alter. Leck mich doch. Warte mal. Die hatten schon ihre Knarre, ne? Ja, ja. Ach, ist das ärgerlich, Freunde. Ach, ist das ärgerlich. Aber nicht alle. Aber so richtig hessische Knarren, ey. Oh. Habe ich mich erschrocken. Puh. Komm wir nochmal runter, oder nicht? Ja, war sowieso ein Plattenrucksack. Ah, nein, 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 nein. Oh, puh. Ach, nein, 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 nein. Was denn los? hat er umgeschwemmt jeder shop hat aber dazu schnitts auto das sind die von oben diese hässlichen wohin sind die jetzt gegangen hier kommt runter erlaubt einen erneuten einsatz waren zu viele aber gut waren die nicht ja ich wusste auch hier denkt dran ja klar oder rené möchte dazukommen ach ja oder die haben selber eine bunker karte das kann auch sein ja das würde ich mal vermuten obwohl wenn die auf die map gucken und sehen dass da zwei autos davor stehen also klar dass da jemand den hoher aufmacht jeder club spiel diese scheiß knarre dem hervor ja musst du die waffe nicht können also nicht wirklich gegner fein schnell um wenn du nichts kannst reicht wenn du ganz kurz was kannst nichts kannst es ist doch so du brauchst vier schuss der elixir ein stück scheiße und wortet auf alle distanzen das ding verliert ja nicht mal ein schrecken in der platte nicht komplett vorher ist der reichen drei schuss die schnellsten mit dem teil drei schuss rausgetriggert was war das hier für eine pistole die auch so über krank ist diamati oder die 1911 da war doch noch so eine pistole die überschlimm war von ja das ist die diamati die diamati waffen letztes multiplayer ja eigentlich schneller als im warzone ist natürlich wenn du keinen black ops gold war hast da ist natürlich die arschkarte noch nicht in warzone hochleveln wie kriegt man denn hier dieser kimbo scheiße ist ein extra also bei der waffe direkt ein extra wird bei mir gar keine extra angezeigt muss das irgendwie hoch spielen ja 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 bei manchen waffen kommt es glaube sogar erst als letztes also von den extras die ich gerade spiele die was spiele ich gerade warte ja renetti da muss ich für das akimbo muss ich machen warte erreichen die drei abschüsse in fünf verschiedenen spielen mit dem extra drei abschüsse werden sie an den kopfstand machen und an der offenen lunge operieren das war deine hände nicht benutzen nur mit die füße dann geht das ja ich weiß auch nicht immer wenn die die renetti spielt wie die so schnell schießen könnt erreicht die drei abschüsse in drei in fünf verschiedenen spielen mit dem extra mehr moneten das geht hier eigentlich ne aber bei den ganzen neuen waffen hier bei black ops wird mir gar kein ein w 4 alle w w Vielen Dank.